hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf der allen grad genau folge 118 kühe sind da liegt es an wagen steht hier wir wollten gucken wir wollten beim letzten mal gucken wie weit oder wie gut wie weit nicht er war fertig aber wie gut die unkrautbekämpfung geklappt hat und das sieht sehr gut aus eigentlich das ist auch schon hervorragend wir werden die kollegen jetzt auch mal hier schnappen ich auch immer mal zusammenfalten also nicht so ein bisschen besser fahren können wir werden wohl noch ein bisschen korrektur machen die wir einmal an der schräge lang fahren da müssen wir relativ weit hier auf dem feld bleiben und wir sonst mit dem ausläufer an der bergkante der hängen bleiben ja ich hole das gute zeug jetzt schon mal faltmäßig raus schmeißt es jetzt einfach mal hier an guck mal so ein bisschen wie ich zur kante stehe das sieht glaube ich alles ziemlich gut aus und dann lasse ich uns hier einmal bis zum knick fahren und dann war es das haben wir ein paar liter rausgepumpt aber das ist besser als wir noch im krott stehen so das hat sich noch aus und keine unkraut pflanze jetzt vielleicht nicht mehr so aus die maus zusammenfalten in der zeit wo wir das machen gucken wir sehen unkraut hier ist die anzeige an und hier ist nichts mehr da das ist auch schon mal da wir vom reifegrad her noch längst nicht soweit sind wir haben jetzt natürlich aber schon mal die ganzen rektoren pfeiler mitnehmen wir haben natürlich jetzt schon mal eine runde vorspulen dabei dann wird hier alles noch ein bisschen produziert alles macht alles tut und wir müssen sehen dass wir hier mit ordentlich hoch kommen nicht hinten runter kippen weil es ist hinten doch schon ganz schönes gewicht dann muss das gewicht auf jeden fall auch nach hinten gleich weil wir machen gleich ein bisschen frontlader arbeiten weil wir werden futter mischen müssen so einfach ist es müssen aber erst mal die schnitze weg stellen die passt hier genau in die lücke so und weg damit dann gibt es einmal vorne das gewicht weg langsam wird es bald hell ich finde den roten lichtstreifen oben auch cool gemacht wurde zu bestehen da habe ich ein bisschen sehr rauf gerumpelt das bestehe ich auch zu so hier brauchen wir jetzt den ballenspieß so da haben wir es die schaufeln lassen wir hier und wir werden gleich mit dem fendt einmal ein paar ballen an die richtige stelle fahren so der fan steht ja da steht den kollegen hier schon mal zur seite wir werden hier mal kurz langsam machen um zu gucken wie weit das ganze hier ist und da seht ihr selber nö das ist wachstumstechnisch noch nicht mal dunkelgrün und wir warten ja eine runde auf gelb ne so simpel ist es also können wir noch ein bisschen würde ich sagen sollte auf jeden fall bis mittag andauern so wir haben den kollegen jetzt gleich am start jetzt sogar gucken wir können natürlich gucken dass unsere ganze vorspulerei erstmal was hat sich denn preisentwicklungstechnisch bei silage getan das ist natürlich auch noch eine variante 471 wir steigen das ist sehr schön weil wir steigen relativ schnell war wir vorspulen den preis sollten wir also jetzt echt im auge behalten um das nochmal auf nummer sicher zu gehen ich habe das schon gemacht gehabt das ist aber schon ein paar folgen her also der letzten auf jeden fall nicht was für ein mischverhältnis das wir hier brauchen und hier war sieht ihr selber 5 silage 3 heu und 2 stroberl das heißt wir sollten jetzt gucken ob wir jetzt passend mit unserem autoload ein bisschen was davon schon rüber bringen können weil das ist ja was was wir nicht verkaufen werden wir werden zwischendurch jetzt immer auf den preis gucken 500 ist gut die steigende tendenz steht immer noch dran ich werde jetzt versuche ich einmal so im kreis zu fahren ich muss erstmal hier auf die ballen umstellen es ist bald regen angesagt ich mache jetzt mal langsam dass wir gleich noch mal gucken können wir machen wir die hilfe jetzt mal an weil ich war schon am umstellen ohne zu gucken das macht natürlich keinen sinn quaderballen damals rundball sehr schön dann machen wir die hilfe wieder aus ich mache hier das autoloaden an so das sind jetzt 4 6 4 6 7 7 8 9 10 Autoload aus sehr schön gut gut das war das da mache ich jetzt autoload an kriege ich ein ballen davon wir sehen ob man hier reagiert jetzt habe ich 1 und 1 jetzt habe ich 2 und 2 hier sollte ich vorfahren einmal ausmachen das müssen wir einmal abzählen also wir haben hier drauf 1 2 3 4 5 Heu und 3 Stroh wir brauchen also noch ein streu ein Heu schön ne ein Heu ich guck mal da reagiert da ist er so der autoload fahrt ist mal alleine wieder ausgegangen glaube ich oder ja also jetzt haben wir hier drauf 1 2 3 4 5 6 mal Heu 4 mal Stroh und zehn mal das und zehn ballen ne silage das ist genau zweimal die futter mischmaschine das ist genau das was ich eigentlich erreichen wollte das ist ja hervorragend ist muss man so auszudrücken den spaß den fahren wir mal gleich um die eck so hier müssen wir das ganze ja irgendwie hin stapeln so dafür mache ich mal das hier raus und sagt dahin schmeißen ist ein bisschen was gekullert ein bisschen was so genommen aber im groben hat es funktioniert also das war jetzt schon mal sehr gut da wissen wir dass wir zweimal futter mischen go haben weil es euch gefragt ja aber wenn die folge zu ende ist und der absprecher ist ja eigentlich muss zugestehen dass ich die folge für morgen und übermorgen wohl hintereinander weg aufnehmen werde damit ich die futter mischmaschine auch geschichte auch machen kann so wir gucken jetzt noch mal nach dem preis er ist immer noch steigend wir gucken nach der ernte es ist in einem anderen grün aber immer noch nicht so wie wir es haben wollen so ich würde sagen rein technisch gesehen heißt es aber dass wir auf jeden fall mal los wollen und hier ein bisschen was von unserem spaß hier loswerden wollen so ich gebe den einen da auch noch dass der held ist ein wunder hätte ich auch schwer gewundert dass da nicht runtergepullert wäre jetzt haben wir auf jeden fall so dass ich den einen hier vorne noch mitnehmen kann so genau jetzt haben wir sie alle geladen wir machen die spanngurte mal neu dran weil er ist ja momentan für uns nicht relevant aber relevant ist für uns der preis 45 ist immer noch steigend das ist immer noch nicht so weit okay das ist nicht das problem weil ist ja nicht dass ich jetzt nichts tue in der zeit sondern ich fahre jetzt schon mal rüber das einzige was jetzt echt ätzend ist ist dass wir wahrscheinlich die regen phase genau dann kriegen wenn wir unser soja ernten wollen das natürlich ein super klasse genial nämlich gar nicht das ist der punkt so ich muss hier aber zwischendurch mal echt wollte den kram gar nicht verschieben zwischendurch mal gucken wegen dem preis 58 natürlich stumpf weitergerollt hier wir haben es jetzt ein uhr zwischenzeitlich ist hier um kram auf muss noch kurz was gucken hier das sind doch die kaputten unkraut pflanzen so wie es aussieht da war der gerade umschwung der wachstumsphase deswegen gucken wir natürlich jetzt einmal sehen wir sind jetzt im dunkelgrün gelandet und wir sind hier immer noch am steigen das ist also noch alles okay was ich natürlich jetzt als anderes problem habe ist dass natürlich die zuckerproduktion oder sowas jetzt voll sein wird und auch dass andere sachen jetzt voll sein werden deswegen lassen wir jetzt die zeit nochmal wieder runter wir haben es 200 metern und werden mal gucken was wir jetzt machen können wir müssen natürlich theoretisch gesehen das kann ich jetzt auch machen das ist nicht das problem mal gucken steigt der preis hier noch 573 sieht doch steigend aus okay ich werde jetzt einfach die ballen auf dem platz hier vorne zwischen laden zwischen lagern wollte ich sagen ich gehe davon laden und werde erstmal gucken dass ich hier die zuckerproduktion und sowas dementsprechend dann entlasten das macht dann auf jeden fall sinn so ja wir können hier rumklütteln die kann auch mal gegen die gegen kolle an das ist für mich nicht was wir hier machen müssen jetzt ist auf jeden fall wieder auf mit der y taste auf die großen paletten umstellen und da mal gucken was hier so läuft und was wo gebraucht wird ich mache jetzt erstmal hier an so und nachdem ich hier das geladen hat ist es ja wieder aus dann werden wir hier an die seite so erstmal zuckerpaletten stellen das kommt wieder an das heißt ich gebe mir die nächsten zuckerpaletten holen da habe ich noch eine halbe palette erwischt ganz toll wie soll ich nicht nur von der anderen seite ran fahren das macht sinn halbe paletten sind nicht wirklich wow ich sollte auch vielleicht mal fahren üben das natürlich noch genialer und auch weg damit jetzt haben wir von der seite hier ran ich mache das auto schon mal an und dann nehmen wir die paletten hier dafür so jetzt ist die zuckervariante leer geräumt und den zucker haben wir einfach hier auf dem platz zwischengelagert ja es kommt regen das wird natürlich in echt kein mensch machen aber wir sind hier nicht in echt so super ja so ganz brav nochmal aufgeladen das ist doch super und da laden wir den jetzt ganz brav nochmal ab so jetzt gucken wir kurz was für kapazitäten sind denn jetzt genutzt oder nicht genutzt bei der maschine wie hier das heißt wir haben jetzt hier selber 15.000 fast dürfte hier genauso sein aber hier gehen auf jeden fall auch noch paletten hin die andere frage ist das sehen wir jetzt hier wie viel das verbraucht wir haben hier eindeutig einen mangel an milch und wir haben hier eindeutig kein problem mit dem zucker und auch kein problem mit der ware weil das ist gerade mal zwei drittel was jeden passt wir haben noch wir haben aber auch noch ja wird klar ist es steht nur zwei prozent da aber sind noch über 6000 liter wir haben hier auch noch zuckerreste stehen wie ihr seht die müssen wir hier dann irgendwann auch nochmal mit dem da haben wir extra das werkzeug hierfür stehen lassen auch nochmal dann wieder auffüllen hier steht auch noch eine palette zucker das heißt dass der zucker party hinten der kann locker verkauft werden das macht rein gar nichts das heißt da können wir auch genauso gut nach dem zuckerpreis gucken der preis hier silage noch aufstreben zucker sollten wir jetzt verkaufen der ist abschmieren wie ihr seht das ist ungefähr so der wird knapp unter 3000 beim letzten mal ist er bei 29 wir wissen nicht wie schnell er wieder hoch geht weil hier schmierte überall ab deswegen würde ich jetzt tatsächlich sagen wir gehen hin und laden den zucker und verkaufen den zucker dem jetzt hier stehen haben die menge in der variante müssen uns noch mal angucken eine andere überlegung die ich noch gemacht hatte ist eindeutig alternativen für den transport zu suchen weil wir transportieren jetzt immer nur vier paletten das ist furchtbar wenig wenn man ganz ehrlich ist das heißt wir könnten auch mal einen blick in den shop werfen könnten sagen was haben wir denn noch für möglichkeiten was zu transportieren ja genau sollte man natürlich dann eher hier erst mal mit anfangen zu gucken ich weiß nicht ob das unter tieflader uhr h falsche tatsch da ballen technik das sind die normalen ballenwagen die wir haben jetzt das hilft nicht so sonderlich so dann haben wir irgendwelche speziellen geräte noch unter tierhaltung unter auch nicht unter sonstige da sind nur die aufleger die wir noch hatten für die lindner plattformen und bei hänger da haben natürlich nur die dump truck varianten ja ich habe da so speziell jetzt gar keine größere variante groß drin aber die überlegung sollte man eindeutig noch mitmachen ob wir uns noch eine andere variante gönnen vielleicht im zusammenhang mit mit den lkw sprich ob wir dann tatsächlich sagen okay wir können uns so ein gönnen und gehen mal in richtung von dem fiat part den hatten wir schon geliehen und der kostet ja wirklich kein vermögen und uns geht es ja mit 400.000 momentan auch nicht wirklich schlecht und wir sind ja auch noch dabei mehr zucker zu verkaufen sollte man sich und muss man sich überlegen aber wir sind durch mit der folge für heute hätte ich mich fast verpasst hier ja ich hoffe dass es euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat dann lasst einen passenden daumen da ich würde mich sehr über einen teil freuen und ein abo wäre spitzenmäßig dann seid noch mal vielen vielen dank für die unterstützung und bis morgen